Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was und wie viel erschließen wir pragmatisch, weil es nicht gesagt wird. Wir Menschen sind faul. Wir sagen meist weniger, als wir könnten, um uns verständlich zu machen. Wir sind aber auch sehr schlau und verstehen einander trotzdem. Weil wir vieles einfach erschließen. Und wir haben untereinander ein Kommunikationsmittel entwickelt, das unserer Schlauheit und unserer Faulheit angemessen ist. Das Verhältnis zwischen der Faulheit beim Sprache produzieren und der Schlauheit beim Sprache verstehen ist in unserer Natur und Kultur schon angelegt. Überlegen Sie einmal, mit welch unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Sprachproduktion auf der einen Seite, ob gestisch, schriftlich oder sogar mündlich, und auf der anderen Seite die gedanklichen Prozesse, die bei der Interpretation im Spiel sind, ablaufen. Wir müssen eben jede Menge Muskeln bewegen, um Sprache zu produzieren. Und obwohl dabei schon unsere Feinmotorik im Spiel ist, ist es doch vergleichsweise ein gigantischer Aufwand, wenn man ihn mit den rein gedanklichen Aktivitäten vergleicht, die das Verstehen konstituieren. Das eine ist langsam, das andere blitzschnell. Steven Levinson gibt, frei von mir übersetzt, das Motto für diese Podcast-Folge vor. Schlussfolgern ist günstig, Artikulieren ist teuer, und deshalb benötigen wir ein Kommunikationssystem, das auf Schlussfolgerungen baut. Das bedeutet, wir brauchen ein Kommunikationssystem, das es systematisch erlaubt, mehr zu verstehen, als gesagt wird, weil Verstehensprozesse gegenüber allen Arten des Sagens schneller und leichter vonstatten gehen. Jemand von Ihnen hat mir rückgemeldet, mich auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit zu hören. Ich bin ja schon nicht der Schnellste beim Reden, aber stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen weniger Dichtes und weniger Komplexes erzählen. Sie könnten mich vielleicht mit doppelter Geschwindigkeit hören. Die Sache ist, in der Sprache haben wir das Kommunikationssystem bereits, mittels dessen wir mehr verstehen, als gesagt wird. Wir bauen beim Verstehen bereits in hohem Maße darauf, aus Gesagtem auf Nichtgesagtes zu schließen. Ich möchte Ihnen heute erläutern, wie das geht. Orientieren wir uns erst mal. Was ist das Gesagte, wenn ich sage, wir verstehen mehr, als gesagt wird? In einer ersten Annäherung können wir sagen, dass es sich dabei um die wörtliche Äußerungsbedeutung handelt, in der die SprecherInnen-Bedeutung noch nicht berücksichtigt ist. Wir unterscheiden ja bei sprachlichen Ausdrücken die Ausdrucksbedeutung, die sprachliche Ausdrücke sozusagen schon ohne einen Kontext haben, in dem sie geäußert werden, von der Äußerungsbedeutung, in der die Ausdrucksbedeutung um alles ergänzt ist, was Kotext, Situation und Weltwissen beisteuern. Erst Äußerungen und nicht schon Sätze haben Referenten und unterhalten dadurch spezifische Beziehungen zur Wirklichkeit. Die Äußerungsbedeutung unterscheiden wir dann noch einmal von der SprecherInnen-Bedeutung, die zum schon Gesagten noch weiteres beisteuert, was SprecherInnen wollen, dass HörerInnen es verstehen. Wenn es hier und jetzt darum geht, was zusätzlich zum Gesagten noch erschlossen werden kann, dann befinden wir uns mit dem Gesagten auf der Ebene der Äußerungsbedeutung und mit dem Erschlossenen am Übergang zur SprecherInnen-Bedeutung. Noch ein, zwei kleinere Hinweise zur tückischen Terminologie. Wenn in der Literatur die Rede davon ist, was gesagt wird gegenüber dem, was erschlossen wird, entspricht das der Äußerungsbedeutung. Beachten Sie, dass in anderen Kontexten von der Aussage von Sätzen die Rede ist. Dabei handelt es sich leider, denn das ist verwirrend, um etwas anderes, als wenn hier die Rede davon ist, was gesagt wird. Die Aussage lernen Sie nämlich in anderen Podcasts und auch in den Lehrbüchern als den logischen Gehalt, als Proposition, als den Inhalt eines Satzes kennen und nicht als den Gehalt einer Äußerung. Behalten Sie das im Hinterkopf. Eigentlich müsste man hier statt was gesagt wird, was geäußert wird sagen. Und genau darauf werde ich mich jetzt auch verlegen, auch wenn es gegen die Literatur geht. Des Weiteren gibt es mehrere Ausdrücke für das, wovon gleich konkreter die Rede sein soll. Man kann diese Ausdrücke als mehr oder weniger Synonym verwenden. Bis hierhin habe ich sehr allgemein darüber gesprochen, was wir aus dem Gesagten noch inferieren. Schlussfolgern schließen, erschließen. In der pragmatischen Literatur hat die Art der Inferenz, von der gleich die Rede ist, einen eigenen Ausdruck bekommen, der spezifischere Bedeutung hat als die anderen Ausdrücke. Lilly sagt, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist? Jesus antwortet, die Vorlesung hat schon angefangen. Das sind nicht zwei völlig isolierte Äußerungen, sondern eine gelungene Interaktion. Man könnte daran zweifeln, denn auf den ersten Blick hat, die Vorlesung hat schon angefangen, keinen Bezug zur Frage, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist. Denn was sollte die Frage, ob Jesus die Fähigkeit besitzt, Lilly die Zeit zu sagen, damit zu tun haben, dass eine irgendwie bekannte Vorlesung relativ zum Interaktionszeitpunkt in der Vergangenheit begonnen hat? Tatsächlich ist hier aber einiges im Spiel, was nicht geäußert wird. Mit der Frage fragt Lilly nämlich nicht nur, ob Jesus in der Lage ist, ihr die Zeit zu sagen, sondern uns ist klar, dass sie fragt, ob er in der Lage ist, ihr die Zeit der Interaktionssituation zu sagen, wie sie von einem üblichen Zeitmessgerät angezeigt wird und wenn ja, ihr diese Zeit dann auch mitzuteilen. Und Ressus' Antwort ist auch nicht der gescheiterte Versuch, Lilly von ihrer Frage abzulenken, sondern er vermittelt Folgendes. Ich bin nicht in der Lage oder nicht willens, dir die Zeit unserer Interaktionssituation mitzuteilen, ich weiß aber, dass du weißt, und du weißt, dass ich weiß, dass die Vorlesung, in der wir beide jetzt sein müssten, regelmäßig um 12.30 Uhr anfängt, heute stattfindet und der jetzige Zeitpunkt nach 12.30 Uhr liegt. Wie Ressus hier Lillis Frage versteht und wie Lilly, so wollen wir annehmen, Ressus' Antwort versteht, geht ganz offensichtlich weit über das hinaus, was jeweils geäußert wird. Ressus hat mehr verstanden und mehr geantwortet, als Lilly explizit gefragt hat und Lilly hat mehr verstanden, als Ressus explizit geantwortet hat, nämlich indem sie seine Äußerung als Antwort auf ihre Frage verstanden hat, obwohl diese Äußerung, wörtlich genommen, keinen Bezug zur Frage hatte. In anderen Podcastfolgen erfahren Sie, dass die Semantik sich mit der Ausdrucksbedeutung und Teilen der Äußerungsbedeutung befasst und die Pragmatik sich mit anderen Teilen der Äußerungsbedeutung und der SprecherInnenbedeutung befasst. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Lücke, die sich hier in unserem Beispiel auftut, zwischen der Äußerungsbedeutung und der SprecherInnenbedeutung in den Zustandsbereich der Pragmatik fällt. Solche Lücken werden von Lilly und Ressus und natürlich auch von Ihnen und mir durch eine Art pragmatischer Schlussfolgerung überbrückt, die ihr Entdecker, Herbert Paul Grice, Implikatur genannt hat. Lilly hat mit ihrer Äußerung implikatiert, dass Ressus ihr die gegenwärtige Zeit tatsächlich sagen soll und Ressus hat mit seiner Äußerung implikatiert, dass es nach 12.30 Uhr ist. Die Ausdrücke Implikatur und Implikatieren sind nicht dadurch zustande gekommen, dass Implikation und Implizieren beim Scrabble auf den Boden gefallen und falsch wieder unter dem Tisch hervorgeholt worden sind, sondern sie sind Wortschöpfungen von Grice, die an Implikation und Implizieren angelehnt sind, aber von ihnen unterschieden sind. Die Schlussfolgerung von Lillys expliziter Frage nach der Fähigkeit von Ressus, ihr die Zeit zu nennen, hin zur erschließbaren Aufforderung an ihn, ihr die gegenwärtige Zeit auch zu sagen, ist nämlich keine logische Implikation. Diese Implikation wäre logisch nicht gültig. Aus der Frage nach der Fähigkeit, die Zeit zu nennen, folgt logisch nämlich nicht die Aufforderung dazu, die Zeit auch zu nennen. Vielmehr handelt es sich um eine andere Art der Schlussfolgerung, nämlich eine, die sich laut Grice aus der allgemeinen Funktionsweise menschlicher Interaktion ergibt, nämlich aus dem sogenannten Kooperationsprinzip. Wir gehen bei der Interaktion, ob jetzt sprachlich oder nicht sprachlich, von diesem Prinzip aus und vor dem Hintergrund dieses Prinzips ergeben sich dabei unsere Schlussfolgerungen in der Interaktion selbst. Wir können uns mit diesen Implikaturen irren, üblicherweise tun wir das aber nicht. Grice formuliert das besagte Kooperationsprinzip so, Zitat, Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du teilnimmst, gerade verlangt wird. Zitat Ende. Um zu konkretisieren, wie das Kooperationsprinzip erfüllt wird, formuliert Grice noch vier Konversationsmaximen. Maximen sind konkrete Leitlinien für das eigene Handeln. Man muss bei diesen Bezeichnungen berücksichtigen, dass Grice weder das Kooperationsprinzip noch die Konversationsmaximen erfunden hat. So klingt das nämlich. Sondern er hat erkannt, dass sie im sprachlichen Handeln anscheinend wirksam sind und er hat sie dann in der Form eines übergeordneten Prinzips und als Leitlinien des Handelns rekonstruiert. Ich übersetze die Konversationsmaximen. Erstens die Maxime der Qualität. Die hat jetzt zwei Teilsätze. Der erste lautet Sag nichts, wovon du glaubst, dass es unwahr ist. Der zweite Teilsatz lautet Sag nichts, wofür du keine hinreichenden Belege hast. Zweitens die Maxime der Quantität. Erster Teilsatz Mache deinen Gesprächsbeitrag für die gegenwärtigen Gesprächszwecke so informativ wie nötig. Zweiter Teilsatz Mache deinen Gesprächsbeitrag nicht informativer als nötig. Drittens die Maxime der Relation. Die besteht nur aus dem folgenden Satz. Sei mit deinem Gesprächsbeitrag relevant. Und dann viertens die Maxime der Modalität. Also die betrifft die Art und Weise. Sie hat vier Teilsätze, die lauten Sei verständlich und zwar präziser Vermeide eine unklare Ausdrucksweise Vermeide Mehrdeutigkeit Fasse dich kurz das heißt vermeide Weitschweifigkeit und geh geordnet vor. Befolgen wir in einem Großteil unserer Alltagskommunikation diese Maxime Sagen wir nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und zwar nur so informativ wie nötig und relevant für das gemeinsame Gespräch und in verständlicher Weise Ja und Nein A sagt Ich gehe jetzt zur Arbeit B sagt Wir haben heute einen Termin beim Zahnarzt Denkst du dran? B scheint hier etwas zu A zu sagen das keinen Bezug dazu hat was A sagt Aber A kann davon ausgehen dass B kooperativ ist und die Konversationsmaxime befolgt Was B sagt muss also relevant sein Bei der Arbeit sein bedeutet nicht beim Zahnarzt zu sein also muss A daran denken von der Arbeit rechtzeitig zum Zahnarzt zu gehen B hat das bloß implikatiert und anhand der Maxime der Relation sei relevant konnte A es erschließen Genauso bei Heute soll es schneien zieh dir was Warmes an Wieder die Maxime der Relation versetzt Was warm anziehen mit schneien zu tun hat gehört nicht zum Geäußerten Was damit gemeint ist muss erschlossen werden Und auch bei der Unterhaltung zwischen Lilli und Ressus war es ja so gewesen Konversationsmaxime werden mitunter durch das Geäußerte deutlich verletzt A sagt kriegen die Kinder was B sagt von mir aus aber kein EIS Maxime der Modalität verletzt vermeide eine unklare Ausdrucksweise A sagt wo ist Hanna B sagt ihr Fahrrad steht unten vorm Haus Verstoß gegen die Maxime der Quantität macht deinen Gesprächsbeitrag so informativ wie nötig und gegen die Maxime der Relation und gegen die Maxime der Relation sei relevant Dass die Konversationsmaxime verletzt werden bedeutet aber keineswegs dass jemand gegen das Kooperationsprinzip verstößt dass jemand unkooperativ ist ganz im Gegenteil unsere Annahme von Kooperativität ist so robust dass wir Verstöße gegen Konversationsmaxime so lange wie möglich als den Versuch verstehen dass sie auf einer anderen Ebene damit doch eingehalten werden von mir aus aber kein EIS ist eine unklare Ausdrucksweise damit die Kinder das klar ausgedrückte Wort EIS nicht hören die Botschaft beim Gegenüber aber trotzdem als relevant ankommt Ihr Fahrrad steht unten vorm Haus erweist sich als informativ genug und als relevant wenn man den Zusammenhang erschließt dass wenn das Rad vorm Haus steht Hanna in der Regel auch im Haus ist In meinen Podcasts habe ich schon mehrfach Mehrdeutigkeit nicht vermieden sondern absichtlich produziert gegen die Maxime der Modalität damit habe ich aber meinen Gesprächsbeitrag Ihnen gegenüber relevant hinsichtlich Ihrer Vorlesungsinhalte gemacht zu denen auch Mehrdeutigkeit gehört mit Äußerungen die also scheinbar die Konversationsmaxime verletzen um sie auf einer anderen Ebene dann doch zu erfüllen fordern SprecherInnen uns auf eine Abkürzung zu dem zu nehmen was sie meinen zur SprecherInnen-Bedeutung die Abkürzung besteht darin die Implikatur zu erkennen und nachzuvollziehen den gegenüber den Implikaturen langen Weg zu gehen hieße die ganzen Zusammenhänge die kommuniziert werden sollen mühsam und langsam mittels Artikulation zu explizieren und sie zu interpretieren ohne implizites erschließen zu müssen wie gesagt beim Kommunizieren auf Implikaturen setzen zu können ist perfekt für Lebewesen die schlau genug für komplexe Schlussfolgerungen und dabei zu faul sind alles was sie denken auch zu sagen der Podcast ist nicht der richtige Ort dafür alle möglichen scheinbaren Verletzungen und Rettungen des Kooperationsprinzips durchzubuchstabilen dafür gibt es Pragmatikseminare und Lektüretitel sondern der Podcast ist vielmehr der Ort dafür größere Zusammenhänge aufzuzeigen mit Grice bewegen wir uns primär in den 1950ern bis 1970ern in den zwei Jahrzehnten vor und nach 1900 hatte Frege eine Aussagen- und Prädikatenlogik entwickelt mit denen er sprachliche Bedeutungen erfassen konnte er hatte diese Logiken dafür gebraucht dass er lückenlose logische Schlussfolgerungen durchführen konnte für die er die natürliche Sprache für zu ungenau hielt aha lückenlos warte mal die Lücke hatten wir doch eben schon ja genau die Lücke zwischen der expliziten Äußerungsbedeutung und der impliziten SprecherInnen-Bedeutung die durch die Implikatur überbrückt wird und wissen sie was das ist zu weiten Teilen die gleiche Lücke die wir bei Frege und Grice entdecken ein Beispiel für die Ungenauigkeit der natürlichen Sprache ist das natürlich sprachliche und logisch verknüpft es bloß zwei Aussagen P und Q die Aussage ist wahr wenn P wahr ist und wenn gleichzeitig Q wahr ist die Aussage ist logisch äquivalent zur Aussage Q und P jetzt natürlich sprachlich Lilly ist 28 Jahre alt und besitzt ein Pferd das ist nur dann wahr wenn Lilly tatsächlich 28 Jahre alt ist und gleichzeitig ein Pferd besitzt der Satz ist bedeutungsgleich mit Lilly besitzt ein Pferd und ist 28 Jahre alt so weit so unproblematisch aber jetzt Lilly steigt aufs Pferd und reitet los der Satz ist nicht bedeutungsgleich mit Lilly reitet los und steigt aufs Pferd das natürlich sprachliche und kann unter Umständen im Sinne einer zeitlichen Folge gelesen werden das macht zum Leidwesen Freges die natürliche Sprache unpräzise weil ambig die Theorie der Implikaturen kann die Bedeutung des natürlich sprachlichen uns aber jetzt erfassen so wie Frege es noch nicht konnte das und wird im Sinne einer zeitlichen Abfolge gelesen weil es der Maxime der Modalität Untersatz gegeordnet vor entspricht was zuerst kommt sag auch zuerst und wenn man die zeitliche Folge durch Implikatur erschließen kann dann braucht man sie nicht sprachlich explizit zu machen auf diese Weise lässt sich mit Grice Mitteln illustrieren dass selbst das an der Sprache was Frege bloß als Unzulänglichkeit abgetan hat noch System hat ich möchte noch einige Differenzierungen an Implikaturen vornehmen die Beispiele die ich bis hierhin gebracht habe sind solche von konversationellen Implikaturen konversationelle Implikaturen sind wie der Name schon andeutet kontextabhängig das heißt die Implikatur kommt nicht in allen Kontexten zustande in der eine bestimmte Äußerung getätigt wird sondern in Abhängigkeit von der Konversation in der sie auftritt Lilly spricht laut zu Ressus als sie die Tür zum Vorlesungssaal aufmacht und ich so das kannst du doch nicht machen Ressus die Vorlesung hat schon angefangen Implikatur sei leise vergleichen sie das mit dem früheren Beispiel Lilly kannst du mir sagen wie viel Uhr es ist Ressus die Vorlesung hat schon begonnen Implikatur es ist nach 12.30 Uhr in anderen Kontexten oder Konversationen würden diese Implikaturen nicht zustande kommen daneben hat Grice noch von konventionellen Implikaturen gesprochen ob man solche Implikaturen annehmen soll ist umstritten konventionelle Implikaturen sind solche die konventionell aus Ausdrucksbedeutungen hervorgehen aber nichts zum Wahrheitswert einer Aussage einer Proposition beitragen daher dass sie an der konventionellen Ausdrucksbedeutung hängen haben sie auch nichts mit den Konversationsmaximen zu tun ein Beispiel ist Lilly ist 28 Jahre alt und besitzt ein Pferd gegenüber Lilly ist 28 Jahre alt aber besitzt ein Pferd die beiden Sätze haben die gleichen Wahrheitsbedingungen sie sind wahr wenn sowohl der erste als auch der zweite Teilsatz wahr ist dass bei dem zweiten komplexen Satz mit aber ein Gegensatz zwischen den Teilaussagen besteht ist eine konventionelle Implikatur andere Ausdrücke die solche Implikaturen hervorrufen sind folglich oder deshalb wenn sie Implikatur hören dann sollten sie vor allem erst einmal an konversationelle Implikaturen denken unter den konversationellen Implikaturen werden dann noch einmal generalisierte und partikularisierte unterschieden die partikularisierten sind wiederum die für die ich Beispiele gebracht habe bei denen also die Implikatur von Kontext zu Kontext schwanken kann die generalisierten konversationellen Implikaturen sind relativ kontextunabhängig aber trotzdem konversationell Levinson gibt ein Beispiel zur Abgrenzung der generalisierten und partikularisierten konversationellen Implikaturen A sagt wie spät ist es B sagt einige Gäste gehen schon die partikularisierte konversationelle Implikatur wäre es muss spät sein die generalisierte Variante der Implikatur lautet nicht alle Gäste gehen schon B hatte gesagt einige Gäste gehen schon die generalisierte konversationelle Implikatur lautet nicht alle Gäste gehen schon anderer Kontext aber was unterscheidet jetzt die generalisierten konversationellen von den konventionellen Implikaturen alle konversationellen Implikaturen sind streichbar die konventionellen nicht das heißt durch einen Zusatz kann eine konversationelle Implikatur gestrichen werden ohne dass ein Widerspruch entsteht einige Gäste gehen schon ja sogar alle so wird die generalisierte konversationelle Implikatur dass nicht alle Gäste gehen gestrichen ohne dass ein Widerspruch entsteht konventionelle Implikaturen lassen sich nicht widerspruchsfrei streichen Lilly ist 28 aber besitzt ein Pferd der Zusatz das ist nicht ungewöhnlich ergibt durchaus einen Widerspruch weil es dann dem aber widersprechen würde für alle Implikaturtypen gibt es Diagnosetests aber auch dafür ist hier nicht der richtige Ort das soll es für diesmal gewesen sein mit der Frage was und wie viel wir pragmatisch erschließen weil es nicht gesagt wird die antwort dreht sich voll und ganz um Implikaturen Ich danke Ihnen wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Ciao bis zum nächsten Mal